Aber, wenn es ans Eingemachte geht, ist sie verschlossen. Das werde ich gleich merken. Frau Budden, Sie sind ja auch Werbeikone für Kick-Kleidung. Was haben Sie heute Abend getragen? Ich habe die Hose von Kick aus meiner aktuellen Kollektion. Die Kette ist von Kick, die Armreifen, die Bluse. Nur die Tasche sieht nach Chanel aus. Wissen Sie, unter welchen Bedingungen Kick in Asien die Kleidung fertigen lässt? Also ich weiß, dass Sie rund um den Globus Kleidung fertigen lassen. Aber Sie können sich ja vorstellen, dass ich nicht in den Vorstand gehöre und somit natürlich nicht über die einzelnen Details Bescheid weiß. Wissen Sie, dass eine Lehrerin in Bangladesch... Die Hauptdarsteller nicht verpasst. Komm, bitte. Jetzt müssen Sie doch mit. Dann gucken Sie uns so ein bisschen die Hauptdarsteller an. Ja, sagen Sie, Frau Budden, kann ich Ihnen diese eine Frage noch stellen? Nein, können Sie nicht. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Der Mann, der das Imperium aufgebaut hat, Kickboss Stefan Heinig. Mit zielstrebiger Rücksichtslosigkeit vom Realschüler zum Discountkönig für Billigkleidung. Eine atemberaubende Karriere. Im vorigen Winter, so lange sind wir schon in Sachen Kick unterwegs, der Dortmunder Süden. Eine gehobene Wohngegend. Trotzdem fällt auch hier auf und aus dem Rahmen, was Kickchef Heinig für sich und seine Familie als Eigenheim ausgewählt hat. Das ist ja wieder meine Güte. Dass da Geld drin steckt, sieht man aber. Boah. Ich muss die Straße nur weiterfahren. Ein paar hundert Meter von Heinig entfernt und der Unternehmensberater Manfred Regenbrecht. Guten Tag, Regenbrecht. Hallo. Lübkert, NDR. Ganz früher war er bei Siemens, dann holte ihn Stefan Heinig, wollte mit dem erfolgreichen Manager zusammen Kick aufbauen, das große Ding drehen. Ich könnte heute sehr reich sein, siniert Regenbrecht, aber er stieg wieder aus. Was ist Heinig für ein Mensch? Ich glaube, dass es zwei Personen, Stefan Heinig gibt. Es gibt den privaten Stefan Heinig, den ich als einen sehr angenehmen Menschen kennengelernt habe. Und es gibt den Stefan Heinig im Geschäftsleben. Und dann ist das ein völlig anderer Mensch. Ich glaube, das ist fast so wie eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist ein völlig anderer Mensch. Ich würde mal sagen, skrupellos, rücksichtslos. Auch in der Art und Weise, wie dann kommuniziert wird, wie er mit Menschen umgeht, das ist ein völlig anderer Mensch. Ohne Rücksicht auf Verlust. Wir hatten damals einen Manager aus dem Hause Aldi, der die Einkaufsleitung übernehmen sollte. Und der sagte damals, dass er sowas noch nicht erlebt hat. Und ich glaube, die Firma Aldi ist auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ein Kind von Traurigkeit ist. Und wenn so jemand sagt, dass das, was er dort erlebt hat, das bisher Erlebte weit in den Schatten stellt, dann beschreibt er es, glaube ich, ganz gut, wie man das auf der Skala einzuordnen hat. Da wurden Leute ziemlich massiv unter Druck gesetzt, beschimpft. Und es wurde auch geschrien. Also das war schon ziemlich heftig. Ist Ihnen ja auch damals schon aufgefallen, als Kostendrücker, als Lohndrücker? Kostendrücker? Ja, absolut. Das ist, also, darauf ist er auch richtig stolz. Können Sie sich vorstellen, dass so einer wie Heinrich überhaupt Gewerkschaft, gewerkschaftliche Gegenmacht, Betriebsrat, akzeptieren kann? Undenkbar. Akzeptieren. Also das ist, also wer das Wort, also zu der damaligen Zeit, in den Mund genommen hat, ich glaube, das war gleichzusetzen mit der Kündigung. Das ist etwas, was dort nicht akzeptiert wird. Und Leute, die das tun würden, die bekamen ziemliche Probleme. Dafür wurde gesorgt. Vielen Dank. Brutalität. Durchgängig ein Markenzeichen von Kik. Im malerischen Heppenheim an der Bergstraße treffe ich Ria Ehret. Jahrelang hatte sie hier die Kik-Filiale geleitet, für knapp 800 Euro netto im Monat. Mit ihren Kolleginnen überlegte sie, einen Betriebsrat zu bilden. Kik bestreitet jeden Zusammenhang, aber ein paar Tage später waren Frau Ehret und die anderen gefeuert. Und die Manager aus der Kik-Zentrale hatten gleich eine komplette neue Mannschaft mitgebracht. Sie wussten nichts davon? Nein, wir wussten nichts davon. Wie waren so die Gefühle bei denen, bei denen die so gefeuert worden sind und gar nichts geahnt hat? Ja, es hat also sehr viel Tränen gegeben. Sie waren also alle sehr geschockt. Auch ich war geschockt, weil wir einfach nicht, das hätten wir nie gedacht, ja, dass das so was sein kann, dass man ein ganzes Team an einem Tag innerhalb von zwei Stunden rausschmeißt. Die Menschen klein halten. Führungsprinzip bei Kik. Sie ausquetschen. In Deutschland wie in Bangladesch, wo produziert wird. Wo die Armut so entsetzlich ist, dass man eigentlich gar nicht mehr quetschen kann. Es ist ja nicht nur Kik. Es sind auch die anderen westlichen Großabnehmer, die in Bangladesch fertigen lassen. Mit ihrer rücksichtslosen Preisdrückerei verwehren sie diesen Menschen die Chance auf ein besseres Leben. Aber Kik gehört eben dazu, betont der Arbeitsforscher Korscheid Alam. 150 Textilfabriken hat er in Bangladesch untersucht. Er erzählt, die Kik-Führung sei vor etwa zwei Jahren bei ihm gewesen, habe sich seine Kritik angehört und Besserung gelobt. Aber es hat keine großen Veränderungen gegeben. Wir fanden jetzt in etwa dieselben schlimmen Zustände vor wie vor anderthalb Jahren. Was Kik verspricht und was Kik dann tut, das hat kaum miteinander zu tun. Aber Kik ist doch stolz auf seinen Verhaltenskodex für Bangladesch. Und hier schreibt Kik, dass der eingehalten wird. Wir wissen, warum sie das tun. Alles für ihre Werbung, aber nichts für ihre Arbeiter hier. Ihre Werbung soll ihnen ein gutes Image bei den Kunden zu Hause bringen. Dann brüstet sich Kik mit Wohltätigkeitsaktionen. Bildung für 50 Kinder, medizinische Versorgung für ein paar Arbeiter. Aber das bringt doch nichts. Kik hat eine Gesamtverantwortung für die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Und diese Verantwortung nimmt Kik nicht wahr. Am letzten Tag vor meinem Rückflug gehe ich noch einmal zu Alea. Ich will wissen, wie es ihrem todkranken Cousin geht, den sie immer ihren Bruder nennt. Ich erlebe die erschütterndsten Momente dieser Reise. Und ich sage zu mir, du musst dem Jungen hier irgendwie helfen. Und du musst das fotografieren, dokumentieren und Kikschefeinig zeigen, der die Menschen hier mit seiner Preisdrückerei in Armut hält. Das kann man nicht beschreiben. Der stirbt. Der stirbt. 48 Stunden später. Ich bin wieder in Deutschland und weiß, dass ich Stefan Heinig an diesem Abend in diesem Düsseldorfer Hotel antreffen kann. Tag Herr Heinig, Lüttger, deutsches Fernsehen. Ich bin gestern aus Bangladesch zurückgekommen. Würden Sie sich bitte dieses Bild mal ansehen. Da stirbt ein Junge. Seine Schwester ist Kiknäherin. Und sie verdient so wenig, und sie verdient so wenig, dass sie sich keinen Arzt für ihn leisten kann. Was sagen Sie dazu? Wollen Sie dazu nichts sagen? Die Gewerkschaft in Bangladesch sagt uns, dass Kik der schlimmste Kostendrücker ist. Wir alarmieren das Kinderhilfswerk UNICEF und können erreichen, dass der todkranke Rahner aus dem Slum geholt und in ein Krankenhaus gebracht wird. Und wie reagierte Kik? In der Poststelle des NDR geht ein Brief des Hamburger Anwalts Dr. Walter Scheuer ein. Der stadtbekannte Advokat verlangt für seinen Mandanten Heinig allen Ernstes, wir dürften unser Filmmaterial von der Begegnung mit dem Kik-Chef niemals zeigen. Wir müssten es sogar vernichten. Und frech behauptet Anwalt Scheuer, die von uns interviewten Frauen in Bangladesch hätten gar nicht oder nur ganz selten oder vor langer Zeit für Kik genäht. Eine dreiste Lüge. Wir müssen ein zweites Mal nach Bangladesch fliegen, denn der Anwalt setzte bei Gericht durch, dass wir die Kik-Story nicht mehr zeigen dürfen. In Dakar trommeln wir die Näherin erneut zusammen. Sagen Sie ihnen, dass ich mich sehr, sehr freue, alle wiederzusehen und dass ich ihnen sehr dankbar bin, dass sie gekommen sind. So, das heißt, Sie haben alle für Kik genäht. Es ist uns fast peinlich, aber wir müssen Sie bitten, per Unterschrift zu bestätigen, dass Sie bis zum vorigen Jahr Kik-Kleidung genäht haben oder sogar noch heute nähen. Ein examinierter Dolmetscher und ein Vertrauensmann übersetzen ihnen Wort für Wort die eidesstattlichen Versicherungen, die sie dann allesamt unterschreiben. Nur sowas zählt bei einem deutschen Gericht. Und jetzt kommt noch Glück hinzu. Einer, der sich auskennt, schleust uns in eine Fabrik. Er weiß, was wir suchen, denn diese Fabrik produziert ausschließlich für Kik. Die Etiketten mit dem markanten Kik-Haken sind der unwiderlegbare Beweis. Und in dieser Fabrik sitzt die für uns besonders wichtige Zeugen, von der Kik und Kik-Anwalt Scheuerl behaupten, sie arbeite ganz woanders und nicht für Kik. Die 20-jährige Alea, die Cousine des todkranken Rahner. Hier sitzt sie sechs Tage die Woche, jeden Tag neun Stunden und bekommt dafür etwa 25 Euro im Monat. Ein Stockwerk tiefer, ganze Paletten mit Kartons voller Damenhosen, für die Kik zwei bis drei Euro pro Stück bezahlt. Britta, komm mal her, da hinten sind die richtigen Kik-Labels. Guck hier, alles die Kik-Sachen. In Deutschland werden diese Hosen 9,99 Euro kosten. Abschied von Alea. Wir versprechen ihr, dass wir mit ihr in Verbindung bleiben. Ihrem Cousin Rahner, so erzählt sie uns, gehe es langsam wieder besser, noch erhole er sich in einem Heim. Kik hat lange versucht, diesen Film zu verhindern, überzog uns mit Anwaltsschreiben und zerrte uns vor Gericht. Doch die Wahrheit hat gesiegt. Wenige Stunden vor der Ausstrahlung kam erstmals das Eingeständnis, wir von Kik haben sicher Fehler gemacht. Dies bedauern wir außerordentlich. Was die Menschen, die für Kik arbeiten, davon haben, in Deutschland wie in Bangladesch, wir werden es beobachten. Untertitelung des ZDF, 2020